Moin Leute und Willkommen zurück zu State of Decay 2 mit Schnorrer 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 So erstmal mit die Zlinen einpacken Dann nehmen wir am besten auch ne Karre dann, weil der wird dich eigentlich wieder woanders sein So warte mal, ich nehme diesmal ne Schrot mit Wie sieht der Tank aus hier? Geht noch Probleme Oh, das war dort Die Pistolen fast alle die gleiche Munition nutzen Also Pistole habe ich nicht viel Munition dabei So Ist hier mein grüner als Juvie? Ja Hier sieht der Tank aus Ach siehste Wie sieht der Tank aus? Ja Geht noch Na einen drück ich mach einen Kann man das eigentlich auch beschleunigen? Aber lieber nicht, wa? 3 von 8 Yay Und gegen die Wand jetzt mal Aber der fährt jetzt wieder so schnell Wo bist du denn nur hin? Der fährt jetzt Alter Also im Vergleich zu den anderen fährt der ja richtig schnell Pass auf hier ist ein Stinker auf der Straße Du bist schon da? Ja Dann sind wir die hinter uns noch kaputt machen, na? Kommen die noch angeschissen oder? Na ein roter Sehr schön Tod Liegt ne solchen Probe Ich geh schon mal zu ihr hin, du kannst ja eh nicht mit der labern Ja Wo bist du denn? Hallo Ach hier Oh Stinker ist tot Wir müssen Proben mit dir sammeln Ich bin hier hinten rein Hier ist auf jeden Fall noch viel zum looten bei ihr dann nachher Before now I've avoided the most overgrown areas because they're so dangerous Container durchsucht 2 von 3 steht bei mir Bei mir ist noch ein Ofen Das ist ja gleich hier um der Ecke Ich dachte wir fahren wieder ein bisschen weiter So nochmal ein paar Schrauben So ich hab alle Container So So Geht los Hey das macht ja gar keinen Schaden Und schon infiziert Ich wollte gerade sagen So und nun? Achso Wir sollen wieder verteidigen Verteidigen? So Ich glaube die Waffe, die ich hier habe, die macht nicht wirklich schade Da hinten ist wieder ein Koloss, glaube ich, oder? Hier kommt erstmal noch ein kleiner Oh ja, Koloss Scheiße Das wird nicht funktionieren Einfach hinhocken Klar, wieder verseucht Licht aus Habt doch hier nicht an Wie, du hast gleich eine Ampulle genommen, oder? Nee, ich habe gar keine dabei Aber es hat jetzt stärker verseucht Achso Der Dicke läuft gerade ein Stück weg Ja Nee, jetzt ist er noch da Und wir müssen genau da hin Ja, da müssen wir Aber ich glaube, meine Waffen reichen dafür nicht aus Na, er holt sich schon mal eine gute Pussy Oh, jetzt kommt er Da kommt noch mehr Ja Jetzt habe ich ihren Kopfschmerzen Scheiße Der Dicke ist kaputt Nein, er ist wieder aufgestanden Ich kam nicht hin Ich bin dran Ja, sehr schön Ich hätte fast den Kleinen hier genommen Genau, das ist mir nämlich auch passiert Da kommt ein Krieg Äh, ein Kreischer Ein Kreischer Achtung, ein Kreischer Das war umsonst Willst du mich verarschen? Was war umsonst? Ach, die will wir jetzt wieder Wanderstum Wo geht es denn hier durch dann? Ich glaube, wir müssen hier rüber Und dann Ja, an der Seite lang Die source of what? Die source of whatever Destroyed all of these walls My breakthrough was recognizing How nature is aggressively Reclaiming the dead walls That's why I need samples from walls Approaching the maximum state of decay Okay Oh, Munition, sehr schön Und Granaten Granaten Ich weiß schon, wer die abbekommt Da hinten rechts drin ist wieder so ein Rotauge Da müssen wir bald durch durch, ne? So wie es aussieht Ja Das sind drei Ich hätte gedacht, der andere reagierten, wenn du den anderen angreifst Hätte ich auch gedacht Das wird nicht funktionieren Oh Und infiziert Was? Ne, ne Zum Glück nicht Ich hab's auch gedacht Da, da Ich Durch dieses rüberhüpfen Äh, hat er sich auf einmal umgedreht Aber ich glaub, weil ich dann noch einen Schritt gemacht hab Wo ist sie denn? Äh, sie hat sich schon wieder weggedreht, oder? Äh, sie hat sich schon wieder weggedreht, oder? Äh, sie hat sich schon wieder weggedreht, oder? Hä? Müssen wir sie wieder verteidigen? Ja Oh, ich glaub, es geht los Oh, ich glaub, es geht los Oh, ich glaub, es geht los Kreischer, komm Durch die, durch die Lücke, gleich Echt? Wie kommt? So, die Kreischer sind beide da Ach, ich geh hier immer noch mit Druck mit, Leute Oh, er hätte mich fast getrissen können Ich hasse ihn, ey Oh, jetzt bin ich infiziert Ich meine, ich hab ja eine Ampule mit, aber Hier, der lebt noch Oh, kacke Da haben wir alle Zeit, raus Oh Oh Okay, zu viele Toten hier Oh, nicht mehr, ich hab deine Beine Hier war einer mit einem Helm Ich hab jetzt noch einen Schuss Wo bist du die solchen Frucht? All I've got is what's left from this man. You were great out here. Ready to head back? Sounds good. Alright, let's move on before any more Zed's come around to say hi. Lead on. Also ich hab nur noch einen Schuss in, ja. Und acht in der Pistole. Meine Nahrkampfwaffe ist schon auf Rot. Die geht noch bei mir, aber du kannst gucken, ob du die vielleicht reparieren kannst. Im Menü? Ja, gehst du im Inventar drauf und dann könnt du unten dastehen mit C oder so reparieren. Nee, leider nicht. Kann aber sein, dass das dann nur im Lager geht, weil die Ressourcen dann fehlen. So, die gehen da außen rum, ne? Guck mal. Gucken, ob wir hier links dran vorbeikommen. Hauptsache, ballert sie nicht gleich los oder sowas. Die stehen da alle. Die gibt's bestimmt Munition. Die geht auch genug, aber... Ich wollt grad sagen, durchsuch mal leise und dann... Ah ja, die gehen jetzt auch genau in die Richtung, ey. Die gehen jetzt links die Straße lang. Ich muss mal das große Ding durchsuchen, ja. Ich bin voll. Ich hab noch Platz. So. So. Sechs Slot. Das geile ist... Warte, hast du jetzt ne Pistole? Das geile ist ja jetzt... Das Auto steht ja jetzt da hinten irgendwo. Ja. Guck mal wie weit wir... Wir sind jetzt fast durch die ganze Stadt durch. Sind fast wieder beim Lager, ey. So. Danke. Ich hab ne neue Nahkampfwaffe. Sehr schön. So, ich glaub wir können jetzt ein Stück weiter gehen. Ich will noch kurz die Dinger hier... Wenn ich schon mal hier bin. Munition, sehr gut. Achso. Du musst ja was mitnehmen, ne? Wenn du noch was zum Ding willst. Soll ich deine defekte Waffe mitnehmen, oder? Ach, nöö. Das brauchen wir eigentlich nicht, ne? So. Schrauben. Dann nehm ich die anderen Schrauben. Und gleich noch mit hier. Zack. Und dann können wir. Ich glaub wir können auch wieder normal laufen erstmal, ne? Da ist ja auch gleich da draus. Ja. Hast du zufällig... Gut gegengelaufen. Ich kann dann nachher die... Was hat der hier? Für Muni? Drei fünf Sieber. Und Punkt Zweiundzwanziger. Da hinten ist ein Kreischer. Ja, ich seh's. Den würde ich probieren, wegzusnacken. Und hab ihn. Ah, der erzählt mit zu diesen Freaks. Pass auf. Du würdest auf dich aufhören. Also ich müsste dann... Demnächst mal zum Kopfgeld-Typi. Äh, wo waren unsere Autos? Ach, da unten. Sind wir jetzt durch hier? Oder was? Ja, ist ja... Ist ja gleich hier. Wir sind erstmal durch hier, ja. Ja. Hier steht doch gleich ein neues Auto um der Ecke. Oh, auch wieder ein Ranger-Ding, oder? Ja. Ja. Ja, wir können ja zumindest mal in den Koffer rum gucken, ne? Manchmal liegt da ja was drin. So, guck mal. So, guck mal. Schmerzmittel und... Und welche Muni. Die aber nicht für meine ist. Hast du trotzdem eingepackt? Ja. Aber ich wollte mich eigentlich hinhocken. Ja, ich... Ja, ich will das immer von vorne machen. Er dreht sich so geil im Kreis. Oh, Horde. Manchmal bleibt er dann geduckt, wenn du länger drückst, ne? Manchmal rennt er direkt los, ey. Ich sehe unsere Autos. Ich auch. Nimmst du den? Jo. Oh, ich sehe hier einen Pfeil. Ich sehe hier Pfeile. Ich auch. Lol. Da auch noch, ja. Die sind noch von letztem Mal und wann. So. Jut. Machen wir erstmal ein Päuschen. Jo. Erstmal... Kofferraum, alles. Also hier sind dann vier Proben drin. Und Schrauben habe ich bei mir drin. Ach, Schrauben. Kannst du noch stacken, dann? Genau. Deshalb... Deshalb sage ich's. Yeah. Ach, du hast auch... Achso, wenn ich mich reinsetze, macht er gleich den Motor an, ne? Spitzel, bedanke dich. Spitzel, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal, tschüss! Bis zum nächsten Mal.